Hallo, wir zocken heute nochmal eine kleine Runde Scribble. Ich hab's jetzt schon länger nicht mehr gezockt, aber hab schon wieder hart Bock draufgekommen, also ja. Play. Was soll das sein, Alter? Hä? Hä? Bank. Bank. Bank Sand. Sandbank. Geht? Nein! Das gibt's doch nicht, Alter. Fuck. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Oh, oh, jetzt zeig mal. Eis? Oh, oh, nein! Was gibt's für Werte mit drei Buchstaben? Verrate ich nicht. Nein! Oh, Tür! Nein! Mann, ich bin wieder viel zu langsam, Alter, ich muss jetzt erst mal wieder ins Game reinkommen, hier. Wahrscheinlich, ja. Wer hat abonniert? Als Maul. Wer hat von euch abonniert? Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert den gerne, um nichts mehr zu verpassen. Nein, der zählt doch nur die Schnauze! Ich hab überhaupt keinen. Amboss. Oh, nein! Doch. Hammer. Hä? Mit D hinten? Alter, ich hab keinen Plan. Kein Plan, wovon du redest. Donnie! 해야 greut bendung! Vogelbart, was? What? What the fuck? Hund? Katze? was hä GOOOOOO JA! Geil Nice alter Kröte Easy going würde ich sagen Hä was hat er da noch? Quack Quack salver Nice Nice Hä? Was? U Was mit U? Blitze Hä? Mit N Hä? Ich komm nicht drauf Ja, ich bin immer noch hier Nein Nein Nu Nudel Oh man, der wollte Spaghetti mahlen Oh, das waren aber nicht coole Spaghetti Also, könnte ich besser Du bist so dumm Oh, jetzt kommt ein langes Wort Fuck, das ist jetzt schwierig Haus Haus Tür Nee, mit B Baum Tannenbaum, nein Doch Nein 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 Scheiße Ich hab so 3N geschrieben Alter, das kann doch nicht wahr sein So eine Scheiße, Alter Ja Also, so dumm muss man auch mal sein, ey Oh Mann Oh Mann Ich bin in mein Zimmer, ein Sie geht in Wahrheit Wuh, wuh Dior 2001 Nein Äh, ich werde das jetzt auch zensieren, damit ihr auch mitraten könnt Und, ja Ich hab keine Zeit, ich verkack's voll Oh Mann Oh Mann Wie, 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 wie soll man das erkennen, ich ja Wasser Bett Also, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne unten in den Kommentaren mitraten und ja, schreibt einfach in die Kommentare rein, was ihr gedacht habt, bevor es rauskommt oder so, ähm, mich würde es wirklich interessieren, was ihr immer so denkt, was die so zeichnen oder was ich auch zeichne Ja Halt dein Maul Uh, geil, Alter Easy going Nice, Mann Katze Vier Buchstaben, Mann Katze, Maus Äh, das kann man schon erkennen, die langen Ohren Nice try, Jungs, Alter Okay, okay, okay Was Man, es zeichnet niemand Bitte, Lena, Katze Was ist los? Okay, okay Tot Bahn Was soll das heißen? Hä? Ich check's nicht Ich komm nicht drauf, Alter Was? Deadpool Oh Mann, Alter Was für Deadpool Was für Deadpool? Boah, das war, das war schon... Nee, Mann Nee Das war ja Aber Ich bin ein... Äh... Bergsteigen ... ... ... Spitzkopf du nennst mich Spitzkopf bergholz 90% of the time I have no idea what the fuck I'm talking about berg oh man alter ich bin der erste geworden nice ja cool, coole bergkette coole kette vor allem oh Nate Seel kein Plan wie man den Namen ausspricht shoutout an Nate Seel sorry dass ich den Namen falsch ausspricht kann da bleiben wo der Pfeffer wächst Hose Hosentasche WAS heftiger Scheiss krass er hat geschrieben was richtig lowes aber alter easy going Hosentasche first try man super professor du kriegst Degree im Professor nice alter komm schon Leute was los Oxy und Lena Katze achso Oxy zei ich nicht hammer was für hammer alter das ist oh man ey Lena was ist los Lena falls du das Video siehst ich bin enttäuscht ok ich versuch mal das hier ich weiß nicht was soll ich was was ich mach einfach hier ja man ich kann es nicht besser machen es tut mir leid man gleich eins aufs maul wenn das gestimmt hätte ich hätte geweint alter fliegenpilz oh nice alter geil wuuu wenn ich diese Folge nicht erster werd dann dann müsst ihr dem Video ein Like geben Spaß ihr müsst doch dem Video so oder so ein Like geben nein was oh alter der gute alte Fischer wir fehlen noch 500 Punkte wir fehlen noch 500 Punkte jetzt muss ich mein Bestes geben alter shit man high ist immer erster alter und ich bin wieder zweiter als wäre es nicht klar gewesen alter ok dann war es das jetzt zu dem Part wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like da teilt das Video außerdem mit euren Freunden und schreibt auch gerne unten was in die Kommentare ich freue mich über jedes Feedback und ja dann würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten Mal haut rein ciao nein nein scheiße